Hallo, ich bin der Andi, ich bin Thai-Box-Weltmeister, bin hier heute beim Peter im Training. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Kreuzbahnverletzung und der Peter hat mir wieder auf die Beine geholfen und hat mich noch fitter gemacht als ich zuvor eigentlich war. Ich wollte mich einfach mal bedanken und euch das herzlichst empfehlen, dass ihr einfach mal vorbeikommt und euch das anguckt. Das wird euch viel bringen auf jeden Fall. Danke und ich komm wieder und mach damit weiter beim Peter. Tschüss.